Hallo zusammen, mein Name ist Friedrich Jeschke, ich bin bei Volt und ich bin im Regionalrat des Regierungsbezirks Köln. Und was dieser Regionalrat tut und warum ich Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke Volt im Regionalrat Köln bin, das möchte ich euch in diesem Video kurz vorstellen. Dafür habe ich mich etwas kleiner gemacht, um euch hier auf dem großen Bildschirm etwas mehr vorzustellen, was der Regionalrat tut und warum es dazu gekommen ist, dass ich dort in der Fraktion mit der Partei Die Linke bin. Deswegen zunächst, was ist der Regionalrat, Köln und was hat er für eine Aufgabe? Dazu sollte man sich vielleicht noch mal ganz kurz die Basics anschauen. Ich möchte es euch erklären. Hintergrund des Regionalrates ist die Arbeit im Regierungsbezirk. Ihr seht hier auf der Karte, das Bundesland Nordrhein-Westfalen und dort unten im linken Eck ist der Regierungsbezirk Köln. Und der umfasst natürlich mehrere Städten, Kommunen, Gemeinden und wie das Ganze aussieht, habe ich hier etwas größer mal dargestellt. Und hier ist die Grenze des Regierungsbezirks. Wir sehen das also nördlich von Köln, Leichtlingen, das Bergische gehört noch dazu und dann geht es überhalb von Erkel ins Wegberg, aber unterhalb von Mönchengladbach weiter. Man merkt das so gar nicht, wenn man da jetzt so groß langfährt und rumfährt. Und so sieht das Ganze übrigens aus der Satellitenperspektive aus. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann stellt man fest, hier sieht man schon, warum dieser Regierungsbezirk so besonders ist und warum es auch ganz spezifische Aufgaben dieses Regierungsbezirks gibt, auf die ich gleich noch mal eingehe. Denn wir sehen hier eine der größten menschengemachten Eingriffe auf dem Planeten. Das sind die Braunkohletagebaue. Ja, hier in gelb mal ein markiert. Und was hier dann auch noch mal markiert ist, das sind die Kraftwerke. Also die Braunkohle und Kohlekraftwerke im Regierungsbezirk. Links zum Beispiel Weißweiler, die kennt man ja auch von der A4, wenn man von Köln nach Aachen fährt. Da haben wir früher gesagt, da sind die Wolkenfabriken. Was so positiv klingt, wissen wir heute, das sind die größten CO2-Dreckschleudern Europas. So und der Regionalrat hat einen ganz konkreten Bezug dazu. Denn wir sitzen dort jetzt drin und warum ist das so? Im Regierungsbezirk sind Köln, Aachen und Bonn und im Jahr 2020 waren ja dort die Kommunalwahlen und wir sind dort sehr erfolgreich gewesen mit Wolke Europa. Wir haben zwei Sätze in Aachen, wir sitzen dort in der Fraktion Die Zukunft mit der UWG und den Piraten. Wir sitzen in Köln und jetzt jüngst auch wirklich mit unterschriebenem Bündnisvertrag mit Bündnis 90 Grüne und der CDU. Wir haben dort vier Sitze und dann haben wir noch in Bonn drei Sitze, sind auch in Fraktionsstärke und sind in einer Koalition mit SPD, Grüne und Die Linke. Aufgrund der fast 32.000 Stimmen, die wir dort in diesem Regierungsbezirk bekommen haben, steht uns ein Sitz im Regionalrat zu. Der ist nicht direkt gewählt, sondern der läuft auf die Reserbeliste. Und in die bin ich gewählt worden und habe das Vertrauen der Mitglieder im Regierungsbezirk bekommen und vertrete damit Volt in diesem Gremium. Was muss ich dort jetzt genau tun? Also zunächst hat er auch eine Legislatur und die ist angeknüpft an die Wahlperiode der Kommunalwahlen. Das nächste Kommunalwahl ist dann auch das Ende der Legislaturperiode der Amtszeit. Sollte ich zum Beispiel aus dem Regierungsbezirk wegziehen oder aus anderen Gründen nicht mehr im Regionalrat sein, dann kommen die Nachrücker, die wir gewählt haben, hinterher. So und was macht dieser Rat? Das ist jetzt so ein bisschen, wo es in die Materie geht, wo wir ein bisschen einsteigen. Der Regionalrat erarbeitet und beschließt den Plan. Also es gibt einen Landkartenplan vom Regierungsbezirk, vom Land, von Deutschland. Und da habe ich ja gleich nochmal ein Screenshots für euch. Und dazu ist er im Bereich der Infrastrukturpolitik beteiligt, hat Berachtungsrechte, informiert sich und unterbreitet auch Vorschläge für Förderungen und Fördererstnahmen von regionaler Bildung. Zum Beispiel, wenn es im touristischen Bereich geht. Offen gesprochen, so richtig viel hat man da nicht mitzusprechen, man wird informiert. Er tritt als Stimme gegenüber der Landesregierung auf und in Verkehrsfragen ist er auch eingebunden. Also das heißt, die ganzen Brücken, jetzt auch die Autobahnbrücken, A1 in Leverkusen, der Neubau oder Änderung der A4, Rodenkirchener Brücke ist ein zentrales Thema. Also auch Verkehrsinfrastruktur, aber auch Schienen und Öklenfragen. Wie stellt sich das Ganze also nun dar? Hier mal ein Ausschnitt von so einem Flächenplan. Ihr seht hier oben den Tagebau Hambach und dort unten seht ihr auch, das ist dieser berühmte Hambacher Forst. Das gehört zu diesem Bereich, der durch die Medien gegangen ist, was da so umstritten ist. Der auf der einen Seite erhalten bleibt, aber noch weiter sehr groß in der Diskussion ist. Und ihr seht, es gibt dort die Einteilungen der Äcker, das Niederlande, Rosane sind Stadtwohnflächen. Das heißt, eine Landkarte ist definiert in Wohn- und Siedlungsgebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete, Naturschutz, Wasserschutzflächen, Sonderflächen, zum Beispiel mit Kraftwerken draufstehen. Das heißt, es gibt eine klare Definition dieser Flächen, weil sie ist ja begrenzt. Wir können ja nicht nach Belgien, Holland oder Rheinland-Pfalz marschieren und uns da einfach Flächen klauen, sondern wir haben eine begrenzte Fläche, die ist aufgeteilt. Dann gibt es Merkmale, wie viele Einwohner hat man, wie viele Wände erwartet, was ist der Anspruch an Gewerbeflächen und das wird dann in diesen Plan umgelegt. Da gibt es dann auch gesetzliche Anforderungen, wie das Ganze umgelegt werden muss und in diesem Kontext wird dieser Plan dann erstellt. Und wenn es Änderungen dort an diesen Flächen gibt, dann muss der Regionalrat mitunter auch darüber entscheiden. Nur so ein konkretes Beispiel ist jetzt diese graue Fläche, die ihr seht, das ist jetzt im Moment eine Fläche, im Grunde Industrie, Sondernutzung für RWE zum Abbau der Kohle. Aber was passiert danach? Das ist genau die Frage, mit der sich der Regionalplan beschäftigt. Was wird aus diesen Flächen? Wie werden die definiert? Schutzgebiet, Natur, Wohnflächensiedlung, ist das vielleicht eine Verkehrsfläche für Schiene, Radwege oder Autobahnen, wie ihr sie in Orange dort an der Landstraße seht zum Beispiel. Heißt, diese Definition von Flächen und die finale Bestimmung, die beschließt der Regionalrat. Die Vorlagen und Empfehlungen kommen dabei von der Bezirksregierung, die in einem Dezernat diesen Plan praktisch auch mit ausarbeitet anhand der Kommunen, an den Eingaben. Aber formal und demokratisch muss er im Regionalrat beschlossen werden. Ihr seht nun, es gibt ein Verfahren, wie dieser Plan und auch Flächen geändert werden. Es gibt ein informelles Planverfahren und ein formelles Planverfahren. Ich gehe da jetzt gar nicht so in der Detailtiefe drauf ein. Wichtig ist, es gibt ganz klare Schritte und wir befinden uns gerade genau hier ungefähr. Das heißt, er wird gerade beteiligt, entwickelt. Also es ist jetzt eine Stelle, wo es kurz davor steht, dass es in das formelle Verfahren geht. Ich möchte euch dieses Verfahren hier einfach nochmal vorstellen, in ganz grober Form. Ihr seht, es sind verschiedene Stellen involviert. Also nicht nur das Gremium, des Regionalrates, sondern es gibt auch die Planungsbehörde, die Kommunen, die Kreise, Verbände sind drin. Es gibt aber auch Unternehmen, die mit dabei sind, auch die Öffentlichkeit. Ihr kennt das vielleicht, es gibt Ankündigungen in der Presse, die ist dann sehr kryptisch. Meistens überliest man es, weil man es meistens eh nicht versteht. Und man wird dann zum Beteiligungsverfahren eingeladen. Und dies ist der Moment, wo die Öffentlichkeit auch dran ist. Und ihr seht, es ist also durchaus auch ein komplexes Verfahren. Nun, ja, was mache ich dort? Und was soll ich da wirklich entscheiden? Wenn es also dort um Änderungen geht, dann wird darüber abgestimmt. Und es gibt ein Rad, der ist zusammengesetzt. Ich habe das hier mal aufgezeichnet, sage ich mal. Nein, ich habe die Grafik geklaut von der Seite der Bezirksregierung. Und deswegen ist sie noch ein bisschen verpixelt. Der Rat ist im Grunde zweigeteilt. Es gibt die demokratischen Mitglieder, die stimmberechtigt sind. Und es gibt die beratenden Mitglieder, die von den Fraktionen vorgeschlagen und eingerufen werden können. Und es gibt auch die Sportverbände, Naturschutzverbände, ihr seht das hier unten nochmal, die, die mit in dem Rat sind und uns beraten als politische Instanz. Und die werden bei der konstituierenden Sitzung im Februar 19. werden die mitbestimmt. Man kann auch weitere bestimmen, kann der Rat bestimmen. Und dort werden dann die Änderungen beschlossen. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum bin ich denn hier in der Fraktion jetzt mit Die Linke und Volt? Nun, ihr seht, Volt hat einen Mitglied im Rat und Die Linke, die man kurioserweise in unserer Farbe dort geklärt hat. Und ich zeige euch jetzt mal, warum das wichtig ist, dass ich dort nicht als Einzelmitglied alleine rumsitze. Wir haben uns als Fraktion nämlich gebildet, damit wir mehr bewegen können. Auch wenn wir dort, ihr seht es, gegen CDU und SPD und Grüne, aber auch FDP natürlich in der geringsten Stärke sind, ist es doch so, dass diese inoffizielle GroKo von CDU und SPD in einer zweiten Fraktion neben den Grünen etwas mehr Kontra bekommt. Ich habe mit allen Parteien gesprochen, außer der AfD. Leider hat die SPD nicht auf meine Anfrage reagiert zum Austausch. Und ich war schon so gut wie einig mit den Grünen, mich dort zumindest anzuschließen. Und dann habe ich auch mit den Linken einen sehr guten sachlichen Austausch gehabt, denn wir haben viele gemeinsame Interessen. Und die sind vor allen Dingen, was das Thema Kommunikation und Transparenz betrifft, aber auch das Thema Bürgerinnenbeteiligung. Denn dieser Rat setzt sich natürlich so zusammen, aber als Fraktionsloser sitzt man zum Beispiel nicht im Ältestenrat. Und in dem wird sehr viel vorgesprochen. Das ist praktisch dort, wo die Fraktionsvorsitzenden sitzen, den Fraktionsgeschäftsführer, der Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Aber es sitzt auch die Regierungspräsidentin dabei. Das heißt, dort passiert schon sehr viel und dort wäre man also nicht dabei gewesen. Und jetzt muss man auch wissen, der Regionalrat ist das eine Gremium. Aber er hat eine Kommission für Digitalisierung, die selber ist. Eine Kommission für regionalen Strukturfragen. Eine Kommission des Rheinischen Reviers, eine Kommission Regionale 2015 für das Bergische Land und eine Verkehrskommission, die nochmal zwei Unterkommissionen hat. Dazu gibt es den Braunkohleausschuss und es gibt die Steuerungsgruppe zur Kommission im Rheinischen Revier. Die ist nämlich eine Kombi mit dem Regionalrat Düsseldorf. Ihr habt eingangs ja den Plan vom Satellit gesehen. Das überschneidet sich nämlich etwas, das Rheinische Revier. Also gibt es dort noch eine Steuerungsgruppe. So, als einzelnes Mitglied säße ich nur in der Regionalrat. Dank des Teamworks mit der Partei Die Linke ist es so, dass ich in diesen Gruppen und Kommissionen Mitglied bin. In der Steuerungsgruppe, in der Kommission für regionalen Strukturfragen der Kommission im Rheinischen Revier und, das ist mir persönlich vor allen Dingen auch sehr wichtig, in der Kommission für Digitalisierung. Daher habe ich mich entschlossen, mich einer Fraktion anzuschließen und in den Gesprächen hat sich auf dieser Ebene mit der Partei Die Linke es als bester Moment erwiesen, für Bürgerinnen und Bürger dort eine sachliche, konstruktive Politik zu betreiben. Das erweist sich auch bis jetzt in den ersten Sitzungen, in den Kommissionen und in den Räten und deswegen möchte ich dort vor allen Dingen dafür sorgen, dass ihr es wie hier einfach mal verständlich erklärt bekommt und dass wir Kommunikation und durchaus auch Transparenz schaffen. Denn die Sitzungen sind durchaus öffentlich. Ihr könnt dort hinkommen, ihr könnt dort Teil sein, außer die des Ältesten Rates und ich lade euch auch ein. Kommt doch mal dazu, schaut euch das mal an. Die sind nämlich in der Regel noch vor Ort und sobald es sich vor allen Dingen wieder ein bisschen lockert, kann man auch definitiv wieder viel einfacher auf die Parteien. Ihr seht also, nur in einer Fraktion kann man etwas mehr mitbewegen, Fragen stellen und mitentscheiden. Und das hat mich dazu gebracht, wie gesagt, auch mit den Linken zu reden. Wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich der Partei Die Linke durchaus kritisch gegenüberstehe und auch nicht alles teile, was die sagt. Ich habe aber die Vertreterinnen und Vertreter der Partei auf dieser Ebene, wo es konkret um die Flächen für den Regierungsbezirk geht, wo es um nachhaltige und wichtige strukturelle Entscheidungen geht, also sehr konstruktiv und sachlich. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit denen für den Regierungsbezirk zusammenzuarbeiten. Ich glaube, auf Bundes- und Europaebene wäre das eine ganz andere Konstellation. Ich glaube, da wäre ich auch nicht jemand, der mit den Linken zusammenarbeitet. Ich glaube, auf der Ebene wüsste ich ja nicht, ob die Linke mit Woll zusammenarbeitet. Aber hier stellt sich die Frage für die Bürgerinnen und Regierungsbezirk. Und es geht ja darum, dass wir eine gute, eine sinnige Politik machen. Und die gehen immer nur in Teamwork. Und zusammen vertreten wir auch schließlich 90.000 Stimmen des Regierungsbezirks. Und so haben wir uns halt auch pragmatisch entschlossen, dass wir so als Team etwas mehr für diese 90.000 Stimmen bewegen können. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig erklären, was wir tun und warum wir das tun. Und natürlich dürft ihr uns in dieses Video jetzt eure Fragen stellen. Ich beantworte sie dann.